und damit herzlich willkommen zu meinem video auf meinem kanal ja falls du noch auf diesem kanal bist würde ich mich erstmal über ein abo und ein like freuen aktiviert auch gerne die glocke dann verpasst ihr keine weiteren videos mehr von mir und ich habe heute für euch das zeitrennen dieser woche das befindet sich nämlich im parkhaus in der nähe vom flughafen und das müssen wir in unter einer minute 43 schaffen sind knapp sechs kilometer wieder zu absolvieren und ich zeige euch natürlich wieder alle tricks wir das schnellstmöglich und sicher ans ziel packt und dann habt ihr auch ganz leicht eure 100.000 dollar innerhalb von zwei minuten einfach mal easy verdient und ich würde sagen wir reden da gar nicht weiter drum rum ich zeige euch die route alles drum und dran und wir starten rein so angekommen beim oberen deck des parkhauses und ich habe ja schon mal die ganze route markiert wir befinden uns hier gerade am flughafen auf dem parkdeck ich zeige euch jetzt hier ganz langsam die route so und dann seht ihr hier links diesen waffen shop von dort aus geht in rechts rüber und dann so mich jetzt auch gleich noch an dann seht ihr hier nämlich genau hier setzt den punkt und dann schaffen wir das ganze ganz gediegen so rennen ist gestartet wir versuchen jetzt möglichst schräg über diese rampe zu fahren versucht möglichst gleichmäßig aufzukommen und direkt nach links ziehen bitte das ist nämlich unsere abkürzung die wir nehmen müssen wir fahren direkt die erste links und die zweite fahren wir auch direkt links bitte möglichst links halten und auf den gegenverkehr achten und dann nach dieser zweiten kurve versuchen wir jetzt wieder auf unsere seite des straßenverkehrs zu kommen und danach fahren wir eigentlich nur noch den regulären weg ich habe euch jetzt begleitet hier per audio bis zu den abkürzungen die wir nehmen müssen damit wir das rennen in unter einer minute 43 sekunden schaffen und ich würde sagen ich lasse euch das ganze jetzt einfach nur noch durchlaufen Quando sind wir ver exists ja das war das dieswöchige zeit rennen Denn vom Parkhaus-Deck am Flughafen aus bis hierher 100.000 Dollar, ganz easy in unter 2 Minuten verdient. Ich werde euch in Zukunft jede Woche das Neuzeit-Rennen vorzeigen, vorfahren. Und ja, damit ihr auch wirklich aller spätestens beim zweiten oder dritten Versuch auch das Ganze selber gewinnt. Denn das wäre wirklich sonst eigentlich verschwendetes Geld, das ihr nicht erhaltet, wenn ihr das Rennen nicht fahrt. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert mich gerne. Lasst ein Like da, aktiviert auch gerne die Glocke, dann verpasst ihr auf keinen Fall ein weiteres Video mehr von mir. Ihr bekommt auch immer Benachrichtigungen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns die Tage wieder. Bis dahin, haut rein und ciao!